Moin, herzlich willkommen zum 46. Video der Playlist Mathe-Rätsel. Ich habe dir heute eine sehr, sehr spannende Aufgabe mitgebracht, die so in einer Mathe-Olympiade drankam. Und viele Lehrerkollegen sind an dieser Aufgabe verzweifelt, haben tagelang darüber nachgedacht und sind nicht auf die richtige Lösung gekommen. Ich stelle dir einmal kurz die Aufgabe vor. Bewege genau zwei Münzen, sodass jede Münze genau drei andere berührt. Lies dir diesen Satz gerne noch einmal durch, lass ihn ein bisschen auf dich wirken, pausier da mal das Video und ich bin gespannt, ob du auf diese richtige Lösung kommst. Nach meiner Meinung gibt es bei dieser Aufgabe nur eine eindeutige Lösung. Es bringt nichts, irgendwelche Münzen von außen zu nehmen und auf die andere Seite zu schieben. Dafür haben wir hier zu viele Münzen. Wir haben hier acht Münzen. Und jede Münze soll ja genau drei von drei anderen Münzen berührt werden. Was wir machen müssen, wir müssen zwei Münzen aus der Mitte einmal anheben. Was mache ich jetzt einmal? Ich hebe die an und lege die auf die andere rauf. Und du siehst, das mache ich auf der anderen Seite nochmal. Und nun erfüllen wir nämlich genau die Bedingungen. Wir haben zwei Münzen bewegt und nun kannst du mal durchzählen. Jede Münze wird nämlich genau von drei anderen berührt. Ich bin gespannt, ob du auf die richtige Lösung gekommen bist. Kannst du gerne mal deinen Freunden oder in der Familie weiterleiten und mal kommentieren, wie lange es bei dir oder bei den anderen gebraucht hat. Ich freue mich dann schon aufs nächste Video. Bis dahin. Ciao, ciao.